Hallo Nation, Spieler verlässt den BVB, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, wird Karim Adeyemi zum FC Barcelona wechseln? Dem BVB-Stürmer gefällt ein Beitrag, der ihn mit einem Transfer nach Katalonien in Verbindung bringt, Karim Adeyemi. Ist derzeit in außergewöhnlicher Verfassung. Das Statistikportal Opta hat kürzlich über Twitter berechnet, im Kalenderjahr 2023 war er alle 64 Minuten an einem Tor von Borussia Dortmund beteiligt. Beim 5-2-Sieg seines BVB über Borussia Mönchengladbach war Adeyemi nicht am Tor beteiligt und konnte seine Superstatistiken nicht ausbauen. Allerdings hat der 21-Jährige schon lange die Aufmerksamkeit der Fans ausländischer Vereine auf sich gezogen, ein Fan des FC Barcelona kommentierte auf Twitter. Adeyemi sei der bestmögliche Ersatz, sollte Ansu Fati den Verein im Sommer verlassen. Der 20-Jährige, der bereits als neue Superstar gehandelt wird, ist lediglich ein Ersatz für die Katalanen, FC Barcelona statt BVB? Jedenfalls hat Karim Adeyemi den Beitrag sofort geliket. Und der überraschte Fan rief, ich bin auf Adeyemis Timeline. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Untertitelung des ZDF für funk, 2017